Herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Wie ihr seht habe ich etwas Neues zum Unboxen für euch nach dem Intro. Yo Leute, wie ihr seht habe ich hier einen neuen USB-WLAN-Stick gekauft. Den Netgear Neukark A7000. Ein sehr schneller USB-Stick bis zu 1900 Mbits. Yo Leute, ich bin mal gespannt. Machen wir das gute Stück mal auf. Schauen wir mal rein. Was haben wir hier denn Schönes? Hier haben wir als erstes mal sehr viel Toilettenpapier und die Garantiekarte. WLAN-Sticktreiber auf CD. Den WLAN-Stick, den schauen wir uns nachher genau an. Dann haben wir hier noch eine sehr grosse Dockingstation. Wie ihr seht, müssen wir erst die Treiber installieren, bevor wir das gute Stück an den Computer stecken. Ja Leute, was soll ich sagen? Ein extrem fettes Teil. Also wirklich, ich habe noch nie so etwas Fettes gesehen. Extrem riesig, wenn man das Ganze mal so in die Hand nimmt. Von dem ist das Ganze auch so gross, wegen den vier Antennen, die hier oben verbaut sind. Wir haben hier noch einen Knopf. WPS. Das ist ein ganz normaler Stück. Yo Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Like und Abonnieren nicht vergessen. Bis dann! A und AIN!